Moin, du Schlenz! So, bevor wir großartig jetzt einen auf Pause machen, sagen wir, es war ganz schön geil, gucken wir mal in unser Inventar und sagen hier, die Pistole, weißt du, komm, die lassen wir mal fallen, die brauchen wir nicht. Wir haben nicht viel Platz. Nee, so wirklich gar nicht. Was ist das denn jetzt? MP Moon? Nee. Doch, pass auf, wir haben hier ja auch noch MP Moon, deswegen sage ich jetzt... Ach, komm, halt die Klappe da. Deswegen sagen wir, den hier lassen wir mal fallen. Na, das machen wir einfach. Warum? Warum? Richtig, darum. Werde hier ist. So, dann werde ich jetzt hier mal, ups, ein bisschen nochmal in mein Inventar verrücken. Ich könnte quasi sagen, dass wir ein wenig verrückt sind an dieser Stelle. Ah! So, lass mir die beschissene Wortwitze weg. So, alles klar. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da liegt ein bisschen jetzt was rum. Das ist vollkommen okay. Wir wollten wieder zurück. Wir laufen jetzt quasi an diese... Verlaufe ich mich schon wieder? Nein. Jetzt quasi an diese Stelle, dass wir sagen, alles klar, wir machen jetzt einfach unsere Quests fertig. Und zwar haben wir jetzt nur noch die Quests. Zu Heimlichkeiten müssen wir verstecken. Das war noch das. Das war hier was ganz anderes. Das ist ja nicht hier. Das ist ja egal. Muttergefühle. Mit Officer Wagner reden. Ich habe Wagner in der Lobby des Reviers gefunden. Es wird Zeit, dass wir uns unterhalten. Und? Geringeres Übel. Mission erledigt. Fast. Ich habe Carellas Überwachungsaufnahme. Jetzt muss ich nur noch übergeben. Er hat gesagt, er würde vor der U-Bahn-Station auf mich warten. Äh, Carella? War das nicht? Ne. Geringeres Übel? Heimlich... Ne, Heimlichkeiten war das. Genau. Geringeres Übel ist was anderes wieder. So. Okay. Äh. Moment. War das hier, wo ich raus muss? Ich glaube, ja. Also ich hoffe es jetzt zumindest. So. Lass uns hier jetzt keinen Scheiß bauen. Liebe Leute. Bitte nicht. So sehe ich das richtig. Einmal auf die Karte gucken. Da oben. Wie schaffe ich das jetzt, mit dem Vogel zu reden? Das wird nichts. Das ist... Wie soll denn das was werden? Ist hier noch irgendwas? Nein. Das ist mit der Etage darüber. Äh, darüber. Da kommen wir aber auch nirgendwo ran da. Das ist ja also ziemlich egal. Moment. Versuch der Limp-Klinik. Ach, ist das der Eingang hier oder was? Bin ich jetzt auf der Eingangsebene? Bin mir nicht sicher. Glaube ich bin auf der Eingangsebene. Bevor wir hier richtig missbauen. Weichere ich jetzt einfach mal da ab. Weicherstand 3 ist der für diese Folge. Geh. Eine Etage tiefer. 13 Meter. Was ist... Ach, das müssen wir auch noch tun. Ja, pass auf. Ich glaube, das ist dann viel logischer, wenn wir einfach erstmal... Hier bin ich und da muss ich... Ja, pass auf. Dann laufen wir erstmal hier runter und gucken erstmal nach dem anderen Scheiß. Bevor wir da großartig... Da kamen wir ja auch irgendwie hin. Kamen wir da. Ich glaube hier durch, ne? Ja, genau. Gott. So. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Pass auf, ich versuch's mal. Ne. Ja, geil. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh. Das ist nicht so geil. Das ist echt nicht so geil. So, okay. Wo müssen wir denn dann da hin? Hier sind wir. Und natürlich müssen wir einmal ganz... Vielleicht wird hier irgendwo so ein... Ja, so ein Lüftungsschacht sein. Schnell. Einfach nur schnell. Ich glaube es nicht. Hahaha. Hahaha. Du Fogger. Campbell ist eine Autopse auf dem John Doe, die sie vorhin kamen. Sch. Die Morgue ist auf die Grenze, bis er ist vorbei. Wieder? Die Brücke ist verabschiedet. Wer hat die Seraphs zu sagen, wenn sie ihn verabschieden? Das Verabschiede ist nicht das Problem. Wie ich das höre, ist, dass unser J.D. ein Lüft. Keine Weise. Wie die ersten Antworten. Schnell. Wie viel willst du beten, dass die Geschichte über die Veränderung ist? Ja. Ah, das wollen wir eben versuchen zu verhindern. Wie soll ich das denn anstellen? Wie soll ich das denn anstellen? Ja, speichern. Wisst ihr was? Komm, labert, blöd oder was auch immer, aber ich will. Versuchen nicht zu viel Kacke hier zu machen. So. Und wir sollen natürlich hier durch. Na, natürlich. Das heißt, wir müssen diese beiden ausschalten. Das wird der doch hören, oder nicht? Das wird der doch hören. Nicht? Ah. Nicht klein. Oh Gott. So. Und du. Ja, ja. In Ordnung. Ah, schade. Ich hatte gehofft, der bleibt sogar noch sitzen. Das wäre witzig. So. Du hast du auch nur einen Credit Chip. Ah, so. Okay. Öffnen. Schockgranate. Ja, ich hoffe, die nimmt jetzt nicht. Ich glaube, benutzen. Der ist offen. Der ist offen. So, hey Kent. können für den Neuen bitte das Passwort des Sicherheitshubs im Keller ändern. M-Post und Blues. Zusammen, ja, Teilnahme ist Pflicht. Das kennen wir auch. Das kennen wir auch schon. Alles klar. Dankeschön. Verbindung beenden. Muss ich jetzt hier echt nochmal darauf, damit er das erkennt? Nee, ich glaube nicht. So. Was ist da? Eine Schublade. Nichts drin. Rotflinte. Sicherheitshubs. Ach, das ist doch der... Ja, siehst du. Pass mal auf. Los. 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 Türen. Keine Verbindung. Okay. So, ich habe die jetzt einfach mal ausgeschaltet. Aber Türen, keine Verbindung. Alles klar. Ja, ich habe jetzt erstmal die Kameras auf Bewege dich nicht gemacht. Jetzt laufen wir hier weiter. Hihihi. Pass mal auf. Weiß nicht, ob das klappt oder ob das witzig ist. Aber ich glaube, ich versuche das einfach. Hey. Das war zu nah. Wieso, was war denn zu nah? Äh, kann ich euch hier rauslassen nicht? Warum kann ich euch nicht rauslassen? Prostituierte. Wenn du wüsstest. Ja, horny little guy, aren't you? Ja, horny little guy, aren't you? Wenn du wüsstest. Hey, Baby. You spring me out of here and I'll take real good care of you. Oh, don't you worry. The cops already had their go. They won't be jealous. Lass sie raus. Lass sie raus. Wie kriege ich die da jetzt raus? Schnell. Ich, nein. Raus mit euch. Ich will euch rauslassen. Türen. Warum habe ich zu den Türen keine Verbindung? Mach die Türen auf. Wow. Ui, ui, ui. Hi, ui, ui, ui. Okay, Mäuschen. Vielleicht nächstes Mal. Hi. Okay, hi. Hier irgendwie? Nee, pass auf. Ach. So, warte mal. Ist dahinter vielleicht schon wieder was? Glaube nicht, oder? Nee. Oh, warte. Nein. Da ist nix. Da ist nix. So. Benutze die Tür hart. Dankeschön. Sieht jemand drin? Hallo? Hallo? Nee, ich glaube nicht. Äh, äh. Hihi, hihi, hihi. Ich bin nicht witzig. Nicht witzig. Nicht witzig. Ihr guckt jetzt auch genau in die Tür. Gitterstäbe? Gitterstäbe? Was war das denn jetzt schöne Nummer? Was soll denn das? Ah. 9, 2, 1, 2. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist doch jetzt nicht echt euer Ernst. Und ich hab da hinten auch noch so viele Sachen, die ich machen. Bewegen sich da, Leute? Okay, ich hab das Gefühl, hier passiert nix. Dann nehm ich den doch einfach mal mit. Ah, jetzt rall ich das. Jetzt rall ich das. Wenn der Typ in der Nähe ist, dann passiert da nicht so viel. Weil der nämlich ein PDA hat. PDA, Medienarchiv. Die schulden mir was. Okay. Achso, okay. Ja, nee, das hatte ich ja doch schon. Oder ist hier irgendwas aktualisiert? Da ist irgendwas. Muttergefühle. Chef Wagner, Wagner's Büro durchsuchen. Gebäude von Jay mit Chase reden. Pens Büro finden. Lobby in der... Zählt das nicht? Hä? Warum zählt das denn nicht? Ich wollte auch noch mit dem... Oder war das Wagner? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Was ist denn jetzt los? Warum... Vielleicht kann ich das momentan nicht machen. Heißt es das? Was? Ach, Mensch, Leute. Also, so ein paar Erklärungen fehlen mir hier irgendwie. Also echt, so ein paar Erklärungen, das ist irgendwie ein bisschen uncool. So, pass auf. Einlassen. So. Mann. So ein bisschen was hätte hier auch mir erklärt sein. Ich hab doch keine Ahnung. Was ist das? Pistole. Müssen die normalerweise nicht richtig abgeschlossen werden? Ladegeschwindigkeits-Upgrade. Yay! Kombinieren. Wo ist er? Da. Geil. Untersuchen. Das Ding muss doch schon... Das ist, glaube ich, schon ein bisschen übel, oder? Was sagt ihr? Glaube, ich finde das ganz schön geil. Schön. Schön, schön, schön. Hier ist auch nichts. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt mit dem einen Typen angeblich nicht mehr reden können sollte. Was bist du hier? Oh! Was ist... Wir hatten hier gerufen. Hier bewegt sich doch auch nichts. Typostim. Was ist das? Gesundheit? Ja. Leave me alone. Wow, wer bist du denn? Hätte ich aus dem vielleicht noch Infos rausgekriegt? Jared Campbell. Oh. Oh, vielleicht hätte ich echt mit dem reden können. Ups. Moment. Stopp. Und jetzt kann ich... Könnte ich... Nee, ich kann mit dem angeblich nicht mehr reden. Mit Officer Walkner. Warum kann ich mit Officer Walkner nicht mehr reden? So, ist mir egal. So, pass auf. Was ist mit dem Dude denn hier? Hacker... Boss, I got the neural hub. Looks like it's been modified with some kind of wet drive. Pritchard should have a look at it. No, don't bring it here. Frank's not finished running his Diagnostik. And I don't want to risk connecting any tech to our networks till he's done. Especially if the tech is military. So what do you want me to do? Take the hub to your apartment. I'll have Frank contact you there. Okay, war hier noch großartig was? Haben wir hier. Credit Chip. E-Book. Oh. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hat er hier irgendeine Essstörung? Was? Da ist nix drin. Noch ein Nuke-Virus. So. Hecken. Ich habe zwei Nuke-Viren. Hecken. Da sollen wir hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre der geilere Weg. Ach, warte mal. Das ist nur einmalig. Das heißt, an dem müssen wir vorbei. So, pass auf. Damit können wir sogar nicht entdeckt werden. Dann machen wir... Und was wäre das für eine... Ja, pass auf. Okay. Nuke-Virus. Wir lassen uns nicht entdecken. Okay, komm. Das sollte klappen. Das sollte jetzt klappen. Ich habe irgendwas freigespielt. Zweitklass an alle Datenspeicher. Oh. Seh zu jetzt. Seh zu. Komm. Komm, den kriegst du. Ja. Geil. Grauer Hut. Update. Grauer Hut. Was, was, was? Was, was, was? Fische schwimmen. Wir tun. Fische. Tun wir das. Ist so. Captain Ryan Penn. Okay. Ein Schusswaffe im Gesicht. Ein Schusswaffe im Gesicht. Ein exaktes Flugbahn. Labor nicht bestimmt. 10 Millimeter Hirnoptimierung. Neue Reignung. Konnte offenbar verschleiert werden. Vermutlich China hergestellt. Aber hochmodifiziert. Okay. Okay. Pass auf. Egal was wie wo. Wir sollen hier eine Etage... Aber warum kann ich mit diesem Eintypen denn jetzt nicht mehr sprechen? Mensch. Ist der denn noch auf der Karte? Oder ist der da auch nicht mehr drauf? So, pass mal auf. Los. Hier war der irgendwo da. Der ist nicht mehr da. Warum kann ich jetzt mit dem nicht mehr sprechen? Oder brauche ich jetzt nicht mehr mit dem zu sprechen? Wie kann das angehen? Dann würde ich jetzt sagen, dass wir hier wahrscheinlich durch sind. Wollen wir nochmal verlassen. Was liegt denn da? So. Und wenn ich jetzt mit dir hier rankomme, dann ist das nämlich aus. Das habe ich mir gedacht. Ist glaube ich auch nichts mehr anders. War ich da hinten schon? Das wäre ein Aufzug. Ach, witzig. Da würde ich direkt da rauskommen. Ja, toll. Aber das hilft mir dann, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich bleibe ganz stinkmodern und alt und albern bei dieser Treppenaufrichtung, Verrichtungsgelöt hier. Uiuiui! Weck die Henne! Ich habe Angst. Andi hat Angst. Gott. Das war ja super. Ich wäre ja beinahe... Aufzuknopfen. Herr Leuk, geh auf. So, benutzen. Wir sind nach unten gefahren. Kein Ernst? Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Das habe ich mir jetzt echt anders vorgestellt. Guck mal, wird es noch höher? Irgendwie kann ich hier noch sagen, dass ich noch höher will? Euer Ernst, ne? Ich merke das schon. Das ist hier total euer Ernst. Ihr wollt mich hier einfach verarschen. Dick! Du bist dran. Ja, sehr geil. Und jetzt bin ich entdeckt. Wunderschön. Ich weiß, dass das viel bringt. Ist das wahr? Ist das wahr? Ich hatte vorher gespeichert, oder? Ja, hatte ich. Pass auf. Ich möchte nämlich eigentlich echt nicht... Wir haben das, glaube ich, echt schon so geschafft. Deswegen, wir sind nicht entdeckt worden. Ich glaube, das würde ich gerne weiterhin haben. Weil ich diesen Erfolg zumindest einmal haben würde, dass wir nicht entdeckt sind. Äh. Äh. Moment. Ist das jetzt richtig, oder nicht? Oh Gott, da läuft jemand lang. Ich habe mich nicht gesehen. Wirklich nicht gesehen. Das ist der Burner. So, Erfahrungspunkte. Dick! Wie? Das gab keine Erfahrungspunkte? Ich dachte, das geht Erfahrungspunkte, wenn wir eben an den Kapastern. Dreh dich um und dreh dich weg. Baby. Oh, Baby. Baby, Baby, Baby. Du stehst da, Kaka. Baby, Baby, Baby. Mach dich vom Acker. Baby, Baby, Baby. Wer hat... Wer? Wie? Du hast... Du kannst mich doch gar nicht gesehen haben. Sag doch sowas nicht. Nee, der hat mich nicht gesehen. Das war schwarze, übersinnlich... ...vernatural... ...mega Kraft und so. So. Ich erkläre, wir machen das jetzt. Wir warten auf den ersten Dude. Welche nehme ich da gleich... Da ist er nämlich. Wenn wir den jetzt umkapastern, dann warten wir und hauen den... Kapastern den anderen weg. Der mich einfach nicht sieht. Ich meine, hallo? Was ist mit dem los? Ist der behindert? So. Feichern. Ihr wollt jetzt ja nicht die ganze Zeit... ... immer das gleiche sehen, wenn ich hier verkack. Das ist doch nicht wahr, ey. Die müssen behindert sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Anders kann ich mir das auch nicht vorstellen. So. Ich warte, bis der durch die Tür ist. Weil der anscheinend... Ah. Guck. Okay, jetzt. Wie? Wer denn? Wer zur Hölle? Er hier, oder was? Was? Muss ja. Muss ja. Sag mal, Vogel, was habe ich dir eigentlich getan? Dass du... Ich meine, hallo? Ich bin ein ganz normaler, schleichender, augmentierter Mann. Ja. Kann doch nicht sein, dass da... Äh, äh, hab ich kein Verständnis für. Nee, nee, hab ich... Da hab ich kein Verständnis für. Der Dude da. Der Dude. Und der steht auch für irgendwas. Ich glaube, das ist Munition, aber auch nur... Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas Geiles drin ist. So. 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 Ja, er wäre das nämlich. Wer hat mich denn... Wer war das denn jetzt? Er da jetzt auch schon wieder, oder was? Okay, ich bin auf jeden Fall weg. Schade, dass ich entdeckt worden bin. Ich will jetzt einfach nur mal nachgucken. Zählt das jetzt, als der aktualisiert? Mit meinem Computer, Heimlichkeiten... Ist es das? Nee, so. Mit Officer... Mit dem will ich ja nicht reden. Sets Büro finden. Gebäude, Decktitel mit Chase reden. Captain Pens Büro finden. In der Lobby Polizeirevier gehen. Äh, relevanten Beweise finden. Hier war doch irgendetwas mit, von wegen... Mach das heimlich. In DRB. Jenny kann wesentlich besser gegen O'Malley vorgehen, wenn ich in der Derelict Row nicht gesehen wurde. Achso. Äh, okay. Ich glaube, dann ist das auch so. Ich glaube, dann habe ich das ja jetzt schon. Oder nicht? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Das ist doch nicht wahr, Leute, oder? Das ist doch nicht wahr. Lasst mich hier raus. Hier können mich doch nicht alle sehen. Mensch. So, der hat keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Ich habe auch keinen Bock mehr. Weg, weg, weg. Okay, jetzt ist Ende. Das machen wir aber jetzt noch hier. Das machen wir noch. Vielleicht muss ich dann auch irgendwie jetzt andersrum und... Vielleicht ist ja das eine Idee. Pass mal auf. Wenn wir hier jetzt nicht vorankommen... Der chillt da wieder sein Life. Wie sieht denn das hier aus? Du siehst mich andauernd. Du... Bob, ey. Knack. Wie? Ach, du hast es gesehen? Das ist ja schade. Wie zur Hölle können wir sowas anstellen? Vielleicht kann ich dir noch einfach... Aha, pass mal auf. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe richtig die Idee. Ich glaube, ich habe sowas von die Idee. Haha. Ob das okay ist? So, weg damit. Der Typ bleibt noch einmal stehen und guckt. Und jetzt? Jetzt müsste das ja ohne Probleme klappen. Ja, witzig. Witzig. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Ich bin durchgekommen. Hihihihihi. Hihihihi. Oh. Wer bist du denn? Und warum bist du da? Hilfe. Wer hat mich denn jetzt... Ach, der hat mich jetzt... Ja, witzig. Oh. Au. Au, au, au. Und jetzt kommt der Alarm. Der Ball hat der SB. Ja, genau. Halt doch deine Fresse. Ich red mich nicht auf. Ich bin die Ausgeglichenheit in Person. Dann machen wir gleich nochmal. Im Ernst. Das hackt doch hart. So. Wo ist der Aas da? Und... Tick. Tick. So, dann bleibt er stehen und guckt noch einmal. Und jetzt ist mein Turn. Bewege dich schneller. Komm schon, bewege dich schneller. Ja. Super. Ich glaube, und den kann ich trotzdem vielleicht noch aufschalten. Versuch das mal. Vielleicht hat das ja geklappt. Gucken wir einfach mal. Ne. Wie? Die haben mich doch... Die hatten das doch gar nicht gesehen. Oder haben die das doch gesehen? Ich glaube, du hast nichts gesehen. Weiß das nicht. Hat er das jetzt gesehen oder nicht? So, komm mal mit da. So, jetzt mitkommen. Komm ran da. Sehr geil. Das Standardgewehr Moon? Ne, warte mal. Das ist schon wieder zu viel hier. reinlassen. So, jetzt haben wir einen Nuke-Virus. Den packe ich mal da ran. Nicht, dass der vorhat da noch... Wie? Ihr habt mich gesehen? Im Ernst? Jetzt... Okay. Jetzt sind die feindselig. Alles klar. Aber der denkt... Die denken alle, ich bin da hinten. Ich nicht. Ich nicht. Warte. Haben die geschafft. Da schießt jemand auf mich. Das war eine Granate. Und du? Leute, das ist irgendwie alles ganz schön schwierig. Irgendwie ist das alles ganz, ganz schön schwierig. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, warum das auf einmal so schwierig ist. Das war vorher nicht so schwierig. Ich komme auch nicht durch den Haupteingang, komme ich ja quasi auch nicht raus. Oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Denke ich. Würde ich jetzt zumindest tippen. Das sind viel zu viele Leute. Oh. Knack. So, der ist weg. So eine Tarnvorrichtung. Ich weiß nicht. Gibt das hier eigentlich sowas wie eine Tarnvorrichtung? Ja, jetzt sieht er mich. Genau. Ja, genau. Hier, weißt du was? So, komm, Alter. Oh. Kann es sein, dass die auch nicht ganz aufgeladen war? Kann das angehen? So, ich will das jetzt hier noch schaffen. Nee. Nee, echt nicht. Ich will hier jetzt raus aus diesem verkackten Polizeilvier. Wollen bestimmt ganz viele Leute. Mann. Nee. Echt mal. So. Na. Pieck. Ja, der hat nämlich auch nichts mehr gehabt. So. Alles klar. Ha. Jetzt bleibt er noch einmal stehen. Und jetzt. Kommt, Jungs, jetzt aber nicht ganz so langsam, bitte. Ich würde jetzt gerne das Ding hier mal schließen. Der hat mich jetzt gesehen, weil ich wieder zurückgekommen bin, oder was? Ja, genau. Genau. Einfach, weil das so ist. Einfach, weil das so ist. Komm, du sollst die Waffe nehmen. Danke. Sag mal. Oh. Das war, glaube ich, die Schrotflinte ins Gesicht, würde ich behaupten. Leute. Nee, kommt. Nächste Folge. Nächste Folge kommen wir hier raus. Koste es, was es wolle. Wir kommen hier raus. Wir wollen nämlich nicht mehr. Wir wollen hier raus. Winke, winke, ciao und... gah. selling